Haha, ich freue mich voll. Ich habe heute den Tobi Rau zu Gast. Das ist der Geschäftsführer von Viva Con Aqua. Wir haben über Führungen gesprochen, wie man so ein gemeinnütziges Unternehmen führt und ach, Hützmittel mit alles Mögliche. Und Tobi hat ganz tolle Sachen erzählt. Am besten anhören. Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du kommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute freue ich mich noch viel mehr, denn ich habe zu Gast Tobias Rau. Tobias ist geschäftsführender Vorstand bei Viva Con Aqua. 2004 vom St. Pauli-Fußballer Benjamin Adrion gegründet, ist Viva Con Aqua ein gemeinnütziger Verein, der sich für sauberes Trinkwasser für alle engagiert. Und bei für alle meinen wir auch für alle. Also, im Prinzip ist das Motto Wasser für alle, alle für Wasser. Das Besondere ist nicht nur, dass der Verein auf St. Pauli entstanden ist und dort beheimatet ist, sondern das Viva Con Aqua Team hat auch immer richtig gute Aktionen am Start, um Geld für seine Projekte zu sammeln. Festivals, da werden Pfandbecher eingesammelt, dann gibt es Vorträge an Schulen. Und der letzte heiße Scheiß ist eine Kooperation mit Goldeimer. Das finde ich auch ganz super. Und der Lasse Kremmer, der wird demnächst auch bei mir im Interview sein. So, jetzt habe ich eben kurz vor Weihnachten den Geschäftsführer von Viva Con Aqua im Podcast. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, Tobias, für den Podcast, denn du bist sicherlich richtig durchgetaktet. Herzlich willkommen zum Natural Leadership Talk. Hallo, ja, ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was über Viva Con Aqua erzählt. Magst du auch mal ein bisschen über euch erzählen und natürlich auch über dich und wie du bei Viva Con Aqua überhaupt gelandet bist? Ja, genau. Also, vielleicht hake ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle von der Anmoderation ein. Du sagst, Viva Con Aqua ist ein gemeinnütziger Verein. Das ist natürlich absolut richtig. Wir verstehen uns aber eher als ein Netzwerk, ein internationales Netzwerk aus Menschen und Organisationen, die sich eben dafür einsetzen, weltweit den Menschen den Zugang zu sauren Trinkwasser und sanitären Anlagen zu ermöglichen. Wir haben das Urschiff, die Urmutter sozusagen, den deutschen Verein mit Gründung in Hamburg. Aber mittlerweile gibt es auch eingetragene Vereine in Österreich und in der Schweiz und in den Niederlanden. Viva Con Aqua hat das von dir eben genannte Social Business am Start mit Goldeimer. Wir verkaufen ja das Flaschenwasser auch als Social Business. Also, es ist eine Mischung aus Social Businessen und gemeinnützigen Organisationen. Und alles, was wir tun, alle Kreativität, alle kreativen Aktivitäten, alle Millontour-Galleries, alle Spenden sind eben darauf ausgerichtet, Trinkwasserprojekte weltweit zu finanzieren und eben auch Sanitärprojekte. Und wie bist du bei Viva Con Aqua gelandet? Also, tatsächlich kenne ich Benni schon aus unserer Jugend. Wir sind in der Nähe von Stuttgart gemeinsam aufgewachsen. Und Benni ist dann irgendwann mal Richtung Braunschweig zum Fußballspielen gegangen und dann beim FC St. Pauli gelandet. Und der Stein ging ja damals los oder der Stein kam ins Rollen, als der FC St. Pauli auf Kuba im Trainingslager war. Und ja, also Benni rief mich dann gleich an und meinte, da ist was im Busch. Ich hatte sowieso geplant, auch aus Süddeutschland in den Norden zu ziehen. Und war eben dann einfach auch von Anfang an dabei in der Gründungszeit. Wir hatten ja schon 2005 die ersten Aktivitäten, ohne ein eingetragener Verein zu sein. Und dann kam es einfach im Oktober 2006 zur Gründung. Und ja, also ich bin letztendlich durch eine freundschaftliche Verbindung zu Benni dazugestoßen. Und es war eine Handvoll Freunde, die das damals eben gegründet hat. Ich höre da so ein Stück weit raus, dass ihr gesagt habt, so ja, alles klar, die Idee ist da und dann fangen wir gleich mal an und der Rest ergibt sich dann schon von alleine. War das so einfach? Ja, also so einfach weiß ich nicht genau, aber es war ziemlich genauso. Also wir hatten ja schon seit längerem die Idee, irgendwie das, was uns Spaß macht, mit was Freudvollem, Sinnstiftendem zu verbinden. Und ja, da kam eben diese Möglichkeit dann um die Ecke. Und natürlich hatten wir am Anfang von Tuttenflasen keine Ahnung und haben einfach mal losgelegt. Also wir haben einfach versucht, maximal viele Leute für die Wochen Aqua zu begeistern und Spaß und Freude zu vermitteln, beziehungsweise auch Spaß und Freude selber dabei zu haben. Und so kam dann eins zum anderen. Und auch der Zulauf aus dem Kontext vom FC St. Pauli oder der gesamte Stadtteil hat dann sein Nötiges dazu beigetragen. Und wir waren ziemlich begeistert, dass das so erfolgreich und so gut verlaufen ist. Also wir haben dann innerhalb von einem Jahr das erste Projekt, 153 Trinkwasserspender auf Kuba, innerhalb von einem Jahr dieses Geld zusammengesammelt. Ich glaube, es waren damals 40.000 oder 50.000 Euro. Und dann stellte sich eben die Frage, soll es das jetzt gewesen sein, Eintagsfliegenmäßig, oder machen wir weiter? Und haben uns dann entschieden, weiterzumachen. Und ja, das war natürlich zur damaligen Zeit nicht absehbar, wo das hingehen kann. Und ich denke, wir sind auch jetzt noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Aber letztendlich, die DNA war eigentlich von Anfang an dieselbe, die gleiche, wie sie jetzt auch noch ist. Und Riva von Agua versteht sich als Plattform, als Netzwerk, um Leute zu sozialem Engagement zu motivieren und eben durch kreative, freudvolle Aktivitäten Gelder zu sammeln. Warum hat Benni ausgerechnet dich angerufen? Ich meine, der wird ja noch ein paar mehr Kumpels gehabt haben. Aber warum hat er ausgerechnet dich für dieses Projekt angerufen? Was konntest du? Warum hat er gesagt, so, ah Mensch, den kann ich dazu gebrauchen? Na ja, er hat nicht nur mich angerufen, er hat auch ein paar andere Leute angerufen. Okay. Ja, der hat es einfach in den Freundeskreis gestreut, sowohl in Hamburg als eben auch in Süddeutschland. Was meine konkrete Verbindung zu, ich sag mal, solch gearteten Projekten war. Ich hatte mein CV in Nicaragua gemacht und dort mit Ex-Straßen- und Weißenkinder gearbeitet. Ich war da gerade kurz zurückgekommen, die Verbindung zum Fußball sicherlich. Aber in allererster Linie natürlich die freundschaftliche Verbindung, weil wenn man Dinge auf die Beine stellt, dann macht es natürlich am meisten Spaß mit Leuten, denen man gut leiden kann, mit Leuten, denen man vertraut, bei Leuten, wo man weiß, da kriegt es Herz und Verstand einigermaßen ähnlich. Und ja, also ich denke, das war gar keine großartige strategische Überlegung, sondern Benni hat es einfach mit seinen Freunden geteilt und auch einige sind dann gleich mit aufgesprungen. Glaubst du, dass es einfacher ist, wenn man freundschaftlich verbunden ist und dann was zusammen aufzieht, als wenn man das einfach in so einem Business-Kontext macht? Es kommt ein bisschen drauf an. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich persönlich finde es viel besser, mit Freunden zu machen, weil man mit Freunden, also zur damaligen Zeit, die haben sowieso sehr viel Zeit miteinander verbracht und dann letztendlich diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Natürlich ist es auch eine große Herausforderung, dann das Geschäftliche und das Private nicht zu sehr zu vermischen. Das hat bei uns tatsächlich dann nicht geklappt. Wir haben Privates und Berufliches sehr stark vermischt oder zumindest phasenweise war das so. Da muss man aber sehr stark einfach im Austausch und der Kommunikation bleiben, über Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse eben einfach intensiv sprechen, damit da keine komischen Vibes aufkommen. Und es ist letztendlich schon einfach auch eine Arbeit in der Beziehung und an sich persönlich. Also das ist letztendlich ja bei jeder Beziehung so, ob die jetzt Mann-Frau-Beziehung ist oder freundschaftliche Beziehung oder in einem Team, da, wenn man sehr viel Zeit miteinander verbringt, wenn man dann eben auch Berufliches und Freundschaftliches irgendwie sich dann überschneidet, dann ist es einfach sehr wichtig, da in einem intensiven Austausch zu sein und zu bleiben. Wie ist es bei euch, wenn du sagst, auch im Team muss man sich immer stark austauschen? Wie ist das bei euch? Funktioniert das immer so reibungslos oder wie macht ihr das, dass ihr euch vernünftig austauscht und jeder da sich gut informiert fühlt und auch immer gut aufgehoben fühlt? Ja, also ich würde tatsächlich noch mal einen Schritt weiter gehen. Wir, das Team, das tagtäglich zusammenarbeitet, sind ja so um die 20 Leute. Aber Viva von Agua ist natürlich viel, viel größer. Wir haben im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Deutschland und der Schweiz, in über 50 Städten ehrenamtliche Vertretungen. Es gibt hunderte oder gar tausende von Leuten, die sich ehrenamtlich für Viva und Agua engagieren und wir sind ein einigermaßen dezentrales Netzwerk. Und das funktioniert nur über Kultur. Also wir haben über Jahre unsere kulturellen Grundannahmen herausgeschält, an denen weiter gefeilt und nehmen da häufig auch den Eisberg als Modell. Das Wichtigste sind eben die tiefen Wellen, die Kultur, die in der Tiefe liegt. Noch wichtiger als Prozesse, darüber liegen die Beziehungen und das, was man letztendlich sieht. Das gesprochene Wort, die Mämik, die Gestik, die Artefakte, das ist letztendlich nur ein kleiner Teil. Das heißt, bei uns im hauptamtlichen Team, aber letztendlich auch im gesamten Viva von Agua Cosmos, versuchen wir eigentlich unser Miteinander sehr stark kulturell driven aufzustellen. Kultur in der Tiefe, was bedeutet das für dich? Also es gibt ja viele, die jetzt hier auch zuhören, die sind Führungskräfte oder wollen mal Führungskräfte wehren. Die haben alle von dem Eisenberg-Modell schon mehr oder weniger was gehört. Was bedeutet für dich Kultur in der Tiefe? Naja, also letztendlich, egal welche Herausforderungen auf einen zukommen, wenn man kulturelle Grundannahmen teilt und das die Basis ist, gibt es viel einfacher oder eigentlich immer einen Weg, mit den Dingen umzugehen. Also ich kann ja letztendlich nur von Viva con Agua sprechen und da sind die kulturellen Grundannahmen, sind eben Verbindung, Entwicklung, Potenzial und Freude. Und dahinter stecken natürlich viele Dinge, beispielsweise in der Grundannahme Verbindung oder Community, dass wir an Synergien glauben und dass wir eher das Miteinander als die Konkurrenz befeuern. Bei der Entwicklung, also sich selber und andere weiterzuentwickeln, also die Bereitschaft, sich zu entwickeln, Optimierung, Verbesserung. Auch da stecken auch Dinge drin, wie man muss es nicht perfekt am Reißbrett ausgearbeitet haben, um erstmal zu starten, sondern gute Vorbereitung und dann starten und dann ist es auch in Ordnung, Fehler zu machen. Also Fehlerkultur ist ein sehr wichtiges Schlagwort. Ja, genau, also das ist eine eher komplexere Sache, auch wenn sie einigermaßen einfach daherzukommen scheint, die natürlich auch nicht in drei, vier Sätzen erklärt ist. Das ist ein langer Prozess, wo auch alle Mitarbeiter oder Leute, die an Viva con Agua herantreten und wenn sie dann intensiv zusammenarbeiten, diesen Prozess einmal durchlaufen sollten. Und selbst Leute wie wir, die Gründungsleute, die sich seit über zehn Jahren damit beschäftigen, auch wir lernen da tagtäglich dazu und tauchen tiefer ein. Und das ist letztendlich sehr stark auch mit einer persönlichen Entwicklung verbunden. Ich greife das Stichwort von diesen 10.000 ehrenamtlichen Supportern nochmal auf. Was machen die so, was machen die, wie unterstützen die euch und vor allem mal abgesehen von diesem Eisberg, wie organisiert ihr das in der tagtäglichen Arbeit? Naja, also auch da vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt, so geschichtlich. Von Anfang an sind Leute an uns herangetreten und haben gesagt, so hey, Viva con Agua, tolle Sache, möchte ich gerne mitmachen. Und wir natürlich gleich hier finden, super, mach mit, hier hast du Flyer und Informaterial und so, leg mal los. Am Ende des Tages machen die Crews, die ehrenamtlichen Crews das gleiche, was wir als Hauptamtliches Büro in Hamburg machen. Wir veranstalten Events, sensibilisieren auch die Trinkwasserthematik, motivieren Leute zu sozialem Engagement und sammeln Spenden. Und da sind der Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt, also von quasi Konzert, Kunstausstellung, Kirschkern-Weitspuck-Turnier oder irgendwelchen Sport-Events. Letztendlich sagen wir auch, helfen soll Spaß machen und das, was den Leuten liegt und Spaß macht, machen sie gerne. Konkret sind wir so aufgestellt, dass jede Crew aus vier Ansprechpartnern besteht. Ein Ansprechpartner für den Bereich Community, also Team und Netzwerk, ein Ansprechpartner für den Bereich Aktionen, ein Ansprechpartner für den Bereich Bildung und ein Ansprechpartner für den Bereich Finanzen. Das sind so, die werden jedes Jahr in der Stadt gewählt. Und jede Crew kann darüber hinaus, also entweder einer dieser vier Funktionsträger oder eine andere Person aus der Crew, als Crew-Vertreter wählen und diese Person ist dann auch für die Amtszeit von einem Jahr ein stimmberechtigtes Mitglied auf unserer Mitgliederversammlung. Wir haben regelmäßige Newsletter natürlich, wir haben regelmäßige regionale Camps, nennen wir das, wo wir eben gemeinsam Workshops machen. Wir haben ein Netzwerktreffen global, wo sehr, sehr viele von diesen ehrenamtlichen Vertretern zusammenkommen. Also das sind dann so um die 700 Leute, wo wir über ein Wochenende eben Workshops zu allen möglichen Themen machen. Also zum Thema Vivo con Agua, zum Thema Wasserprojekte, zum Thema soziales Engagement, zum Thema Teamführung, zum Thema viel protokollierig ein Treffen, auch Themen out of the box, die mit Vivo con Agua oder der Entwicklungszusammenarbeit im ersten Moment gar nichts zu tun haben. So versuchen wir eben über gezielte Anlässe, Face-to-Face-Kontakte zu halten, weil man kann natürlich sehr viel über Skype-Konferenzen, Adobe-Konferenzen, Newsletter und solche virtuellen Welt-Online-Angebote regeln. Das ist auch wichtig, um da regelmäßig in Kontakt zu sein. Das machen wir auch. Also es gibt auch quartalsweise oder anlassbezogen dann große Online-Konferenzen, aber natürlich ersetzt nicht den persönlichen Kontakt, sodass eben wir zu ganz gezielten Anlässen die Leute treffen. Und natürlich, was auch sehr viele von den Crews oder den ehrenamtlichen Leuten machen, ist die Pfandsbecher sammeln auf den Festivals, bei der Millanto Gallery unterstützen. Und so gibt es auch unterjährig immer mal wieder oder immer mal wieder sehr häufig Anlässe, wo man sich auch Face-to-Face begegnen kann. Warum ist für dich oder für euch dieses sich Face-to-Face-Begegnen so wichtig? Ja, das hat sicherlich auch mit der Grundannahme Verbindung zu tun. Also das ist ja letztendlich keine Rocket Science oder erzähle ich ja auch jetzt nichts Außergewöhnliches, dass wenn man in einer gesunden Beziehung stehen möchte, dass man einfach zusammen Zeit verbringen muss und gemeinsame Anlasse schaffen. Und natürlich ist auch Telefonieren oder Skypen irgendwie gemeinsam Zeit zu verbringen, aber natürlich nicht das Gleiche, als sich 100% Face-to-Face zu begegnen, zu erleben und eben auch vor allem Erlebnisse zusammen zu teilen, weil klar, telefonieren wir beide jetzt zum Beispiel und teilen irgendwie das Erlebnis des Telefonats. Wenn wir aber zusammen spazieren gehen würden oder auf einer Party wären oder zusammen Sport machen, dann wäre das auf jeden Fall ein intensiverer Austausch. Klar, ich frage natürlich deshalb nach, weil der Trend ja gerade sehr in diese Digitalisierungsecke hineingeht, die Leute immer mehr E-Mails schreiben und eben auch nicht mal mehr zum Telefonhörer greifen. Und mir ist das Thema natürlich auch sehr wichtig, deswegen frage ich da nochmal nach. Und ich freue mich total, dass du das gerade erzählt hast, muss ich das nicht machen. Ja, also tatsächlich ist es ja auch so, dass, also wir sind natürlich auch dabei, Viva Con Agua zu digitalisieren, da kommt man nicht dran vorbei, das hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Nur, keine Ahnung, jetzt, dein Lachen habe ich nicht gesehen, deine Körpersprache, wie du agierst, wie du in dem Moment drauf bist, es bleibt einfach sehr viel auf der Strecke, wenn man sich nur eine E-Mail schreibt und auch, ich habe neulich mal einen Artikel gelesen, auch von irgendwelchen so Superspezialisten, die auch weltweit ihre Konzerne lenken, die sagen, über diese Adobe- und Skype-Konferenzen, vor allem, wenn die Kamera nicht eingeschalten ist, ist doch das, gerade wenn man auch aus einem anderen kulturellen Kontext kommt, dass die Chance oder das Risiko für Missverständnisse sehr, sehr hoch. Weil man doch, wenn man sich Face-to-Face sieht und ein Gespräch hat, da spürt man dann doch eher, wenn irgendwas nicht passt, weil irgendwie der Gegenüber irgendwie komisch geguckt hat und man kann viel schneller und direkter und ad hoc korrigieren und da reingehen. Ich glaube, die Mischung macht es, also sowohl telefonieren und online und E-Mail, man kann sich ja nun mal nicht jeden Tag mit der ganzen Welt treffen, aber Anlässe zu schaffen, um sich wirklich Face-to-Face auszutauschen, und auf jeden Fall essentiell. Ja, ja, sehr schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Wie ist denn das, ich habe vorhin schon rausgehört, dass die Teams gegenseitig, also dass die immer bestimmte Vertreter wählen. Was hältst du denn von diesen neueren Führungsphilosophien der Stunde, wie Scrum oder Agile oder agiles Führen? Dann habt ihr da Erfahrung mit oder habt ihr das einfach alles so aus dem Bauch heraus so entwickelt? Also, ja, wir haben es eigentlich aus dem Bauch heraus entwickelt, wobei wir natürlich auch Unterstützung hatten. Wir haben natürlich auch einen Coach oder Coaches bekommen und auf Workshops teilgenommen und uns selber dann auch da weitergebildet, aber letztendlich schon auch einfach selber ausprobiert. Das ist natürlich, glaube ich, das Wichtigste, was für ein Stil denn, wie wir von Agua haben will oder braucht, was auch die handelnden Personen sich wünschen oder was ihnen liegt. Von daher war das schon auch so ein bisschen so ein Learning by doing. Und wir halten das, wie wir von Agua, eigentlich so ein bisschen wie eine Fußballmannschaft. Also, Hauptsache, die Positionen sind gesetzt. Es muss immer einen Trainer geben und es muss immer jemanden geben, der führt oder einen Projektleiter. Aber in verschiedenen Projekten können verschiedene Teammitglieder unterschiedliche Rollen einnehmen. Also, natürlich gibt es für uns gewisse Hierarchien und natürlich gibt es auch gewisse Unterschiede in der Verantwortlichkeit. Aber letztendlich versuchen wir, wo es geht, doch die Hierarchien flach zu halten und letztendlich auch in dem Bewusstsein zu sein, dass jedes Teammitglied einfach essentiell ist und dass wir als Gemeinschaft mehr sind als die Summe seiner Teile. Und wie gesagt, der Projektleiter oder Führungsmensch im Projekt Y kann auch eine supportende oder eine ganz andere Rolle in einem anderen Projekt einnehmen. Das ist schon ein wichtiger Grundsatz bei uns, bei Team- und Projektorientierung. Zum Beispiel handhaben wir das auch seit vielen Jahren, also die Arbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit. Prinzipiell ist es egal, wann und von wo du deine Arbeit berichtest. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Jobdescription an. Das kann nicht jeder zur gleichen Zeit unterwegs sein oder Home- oder World-Office machen. Aber im Rahmen der Jobdescription und der Aufgaben ist es prinzipiell den Leuten freigestellt, stellt wann und von wo sie ihre Arbeit machen. Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Tobi Rau. Der zweite Teil ist im Prinzip gleich hinten dran. Du kannst da also gleich weiterhören oder du wirst es morgen oder übermorgen oder nächste Woche. Ganz wie du willst. Ich habe das auf jeden Fall in zwei Teile geteilt. Natürlich geht es auch ein Stück weit um Downloadzahlen, aber auch darum, dass die nächste Folge ersetzt dann die Montagsmotivation. Denk dran, morgen gibt es keine Montagsmotivation, sondern es gibt eben gleich hinten dran den zweiten Teil des Interviews. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du auch in den zweiten Teil des Interviews reinhörst, weil Tobi hat echt tolle Sachen erzählt. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann.